Ja, liebe Frau Wiesfreunde auf meinem YouTube-Kanal Kriegel79. Hallo zusammen. Ich möchte noch ein wenig Werbung machen in eigener Sache. Wir haben im Herbst eine CD produziert. Und zwar das Intense Stück von meinem Vater. Die CD heisst Musik kommt von Musik. Alles Kompositionen von Ernst Müller. Das ist mein Vater. Und die könnt ihr gerne bei uns bestellen. Dazu gibt es auch ein Notenbuch. Ein Notenheft, damit man diese Tänze wirklich richtig üben und lernen kann. Lasst es uns wissen, wenn ihr eine solche CD wollt. Beispiel für ein Ostergeschenk oder vielleicht für Geburtstag. Oder Weihnachten ist jetzt halt schon durch. Aber das gibt es ja dann auch wieder mal, oder? Das wäre doch was. So eine CD, lasst es uns wissen, Telefon oder Mail. Und dann schicken wir euch die gerne per Post. Also, das war es. Macht's gut. Hat einen schönen Abend. Tschüss zusammen.